Diese Maschine wird verwendet, um Flüssigkeit ins Bautbeutel zu füllen und Kappen festzuziehen. Es ist mit einem Zahnradpumpen ausgestattet und eignet sich für die Befüllung von Flüssigkeiten wie Saft und Öl. Die Füllgeschwindigkeit der vier Düsen kann einzeln eingestellt werden, um eine genaue Befüllung sicherzustellen. Die Größe des Verschließkopfes kann entsprechend Ihren Produkten angepasst werden. Diese Maschine kann nach Bedarf angepasst werden. 399 Characters